Moxys Red Light in zwei Kilometer. Ich hoffe der Weg ist nicht genauso beknackt wie der davor. Habe ich das lustig ist? Es hat nicht funktioniert. Wieso hat das diesmal nicht funktioniert? Es funktioniert nicht, dann lass ich es jetzt. Holt er echt überschlagen. Hast du noch die Ausfahrt verpasst? Nein. Raus herumfahren, viel zu mainstream, nimm mal die Abkürzung. Die wurde nicht umsonst in das Spiel implementiert, ok? Wollten wir das, ist hier unten ein Auto. Echt? Boah es tut mir leid ich muss es ausprobieren. Was in Dreiteufelsnamen ist gerade passiert? Alter dein Charakter, warum? Er eskaliert einfach völlig. Was in Dreiteufelsnamen ist gerade passiert? Du siehst mal wie erschrocken ich davon war. Hast du es echt nicht mitgekriegt? Nein. Ich sag es mal so. Siehst du hier rechts diese große Bombe, die da ist? Ja. Ich bin einfach in so eine reingefahren. Ich wollte wissen was passiert, wenn man da reinfährt. Jetzt weiß ich es. Was passiert? Warum? Alter. Alter wie es auf dem Dach liegt. Er hat es einfach wieder umgedreht. Alter wie es gerade einfach wieder umgedreht hat. Das Auto. Ist da hinten an dem Häuschen was oder ist das einfach? Ne. Schaut nicht so aus. Dann könnt ihr höchstens rückwärts einparken. Warum rückwärts? Weil, fuck you, that's why. Da ist ein Skig. 4.000 EP, ja alles klar. Ja komm, grant mir ein bisschen EP. Das hält das Auto glaube ich nicht aus. Und dass sie überfahren wird? Nein, nein. Das Auto verliert ihr Leben beim überfahren. Echt? Ja, wusstest du das gar nicht? Nein. Nein, jetzt weißt du es. Auf jeden Fall macht mich die Srex gerade färten. Mich auch. Mich auch. Das ist keine so gute Idee hier XP zu granten. Doch, doch. Weil die halten halt unnötig viel aus. Ich denke schon, dass das eine gute Idee war. Wir brauchen nur mehr Autos. Alter, diese Revolver sind immer noch komplett OP, Alter. Meinst du am Minern? Ja. Ja, das ist der, den ich gefunden habe mit so Level 43 oder so. 632 Schaden. Ich weiss schon, ich weiss schon. Ich erinnere mich. Das ist der legendäre, glaube ich. Der war auf dem scheiß Dach, wo ich gesagt habe, wie oft sind wir in dieser Kiste schon vorbeigelaufen. Ja, genau. Der ist richtig broken. Von denen bräuchten wir jetzt mehr? Die haben echt gute EP gegeben, die Viecher. Ja. Wir bräuchten nur mehr Autos, damit wir mehr überfahren können. Jetzt nimmst du bitte endlich dein eigenes. Steige ein. Geh weg. Das sagt dem gar nichts. Wir werden das Auto jetzt hier verlieren. Nein. Dafür kann ich jetzt absolut gar nichts. Ich werde niemals sterben. 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 Alter, der hat nen Namen, oder? Cheetah Paw. Die heißen alle so. Echt? Okay. Ich werde niemals sterben. Das ist der Fall. Ich werde niemals sterben. Und ich werde niemals sterben. Alter, nein! Geht da runter, okay! Geht doch nur hier weg! Alter! Oh man! Ich glaube, was in der Compilation kommt, ist 2 Minuten wie hier vor. Die Compilation ist einfach keine Compilation, sondern einfach nur noch diese Folge. Alter, du hättest es aus meiner Sicht sehen sollen! Und das Name ist John Cena! Die Folge ist einfach ein kompletter Absturz. Was ist denn das für eine Fahrphysik, man? Alter! Beim Auto geht es nicht mehr so gut. Ich will auch noch mal rammen. Alter, ich bin zu Dupschkurven zu fahren mit dem Auto. Wenn ich nur kaufe, verhaut es mich hin! Schau auf nur dich! Jetzt ging es. Alter, ich habe Pipi in den Augen, warte mal! Lass mal abtrocknen! Tut mir leid, ich brauche kurz einen Moment! Oh Gott! Ich fahr jetzt zu Moxin, mir reicht es! Das ist ein Auto! Boah! Alter! Er ist hinter dir her! Ich mach ihn fertig! Ich fahr jetzt mit dem Auto! Ich fahr jetzt mit dem Auto! Ich fahr jetzt mit dem Auto! Den kollege ich! Oh Mann! Und hier ist er, glaube ich, der beste Idee! Das war übrigens mein eigenes Auto! Ich wahle das Auto! Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wieso du auf der Brücke da oben drauf bist. Weil ich jetzt zur Moxie fahren wollte. Okay, dann probier es mal. So, wurdest du dann gemaßregelt, können wir jetzt zur Moxie fahren. Ähm, ich brauche Hilfe. Es gibt einen Grund, warum ich hier unten bin Flo. Kannst du mich mal kurz rammen? Dann hast du gerade komplett aus. Wie soll ich denn da hochkommen? Keine Ahnung. Warte. Nein, das geht nicht. Nee, geht nicht. Nee. Es gibt keine erdenkliche Möglichkeit, dich da rauszuholen. Dann fahr mich mal kurz zu der Catch-a-Ride-Station vor. Damit du das nächste Außer da rein versenkst, weil du immer noch felsenfest davon überzeugt bist, dass es oben weiter geht. Ja. Gut. Ich steig dann mal aus. Ich steig dann mal aus. Ich heb dich dann mal auf. Okay, verhalten mich. Dein Charakter nur. Warum? Wo ist das Auto? Keine Ahnung, ich seh nichts. Es ist einfach... Ich hab nur Rauch gesehen. Das ist alles. Ah doch. Was passiert da? Stirb jetzt! Nein! Da bring's halt ich um. Ein Schuss halt noch. Da vorne ist ein Auto. Komm sofort her! Da. Da. Da Patch spontaneous hug sich um. Und jetzt sales. lasers. Alter, wo war ich gerade? Ich glaub ich war gerade im Auto das работает. Dein Auto ist kaputt. Nein, ich steppe auch gleich. Schaffst du den? Einen von beiden? Einer ist übel low. Ich sehe es. Ich schieße mal nicht mehr. Alter. Hör auf, sie so schnell zu drehen. Ich habe ihn. Alter, der wollte dich gerade überfahren, glaube ich. Ich habe es gesehen, ja. Wollen wir jetzt bitte einfach zu Moxie gehen, bevor wir jetzt hier noch eine halbe Stunde sind? Das gibt doch ganz gute OP. Ah, jetzt noch. Okay, warte mal. Wo führt denn das hin? Nee, dann geht es auf dem anderen Weg. Ah, der geil. Die geben voll viele Fee, Alter. Das Auto brennt. Wir haben ihn überfallen. Du hast so kein Führerschein aus. Was ist gerade passiert? Ich glaube, das ist die beste Folge, überhaupt. Ja, wer es bis hierhin durchgehalten hat, der hat sich das wirklich verdient. Ja, der hat sich diese Folge verdient, auf jeden Fall. Das gab jetzt echt einen EP-Schub. Also, das war jetzt gut. Ich glaube, das haben wir gebraucht. Warte, ich bringe dich ein bisschen voran. Ich weine dich gerade auf. Nein! Komm sofort wieder hierher! Ich bin der Experte. Wer macht mich fertig? Ich sehe dich nicht. Wir fielen in den Augen. Das ist gar nicht mein Säure-Revolver. Oh Gott, Alter. Warte, ich muss kurz bei den Augen, Alter. Oh Gott, okay. Ich überforde den jetzt einfach. Das hat funktioniert. Ich habe mein eigenes Auto. Wir brauchen mehr über Fahrkraft. Ah. Ich habe die Karre. Oh Gott. Ich werde die Physik des Grauens sein. Nein, das wollte ich nicht. Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Das macht voll Spaß. Wui. Okay. Du hast ein modernes Kunstwerk erschaffen. Und ich wurde fertig gemacht. Kriegst du einfach nicht rein? Sorry, ich kann doch nicht mehr schießen. Nein, es löst sich auf. Oh, ich sehe dich. Mit Augen. Moment. Oh. Nein, nicht die Konsole. Oh. Jetzt schaust du. Ich habe keine weiteren Fragen. Warte mal. Ich möchte mal was probieren. Nein, das geht nicht. Oder? Ich weiß nicht, was du vorhast. Okay, das gefällt dem Motor gar nicht. Ich sollte hier lieber aussteigen. Ich gehe dann mal. Okay, ich glaube, ich hätte das einfach gleich. Jawohl, ich glaube, ich schneide das dann einfach aus dem, was ich aufnehme, einfach raus. Ja, das brauchst du. Die Clips, die ich die ganze Zeit verstehe, die bringen halt überhaupt nichts. Aus denen musst du es ja auch rausschneiden. Also kannst du es aus der ganzen Folge rausschneiden. Ja. Ich gehe, glaube ich, schneller. Was ist jetzt passiert? Alles klar. Oh nein. Oh nein, das war das. Ja. Hier. Spaß mit Granaten. Folge 1. Okay. Hier geht jetzt schneller darum. Das ist wieder ein knallhackter Assassin. Los, wabbel mit dem Kopf umher. Dance for me. Moven like Jagger. Nein, ich will nicht. Bitte töte mich nicht. Das ist wieder einer mit Namen. Diesmal ist er aber ein höheres Level. Ich habe mich mit meinen eigenen Sonaten gekrillt. Alter, sie hat dich einfach weggekickt. Wie ein verdammter Superheld. Ich will die, dass ich sie nicht aufhebe. Möchte sie eigentlich nicht. Nee. Aber egal. Da haben wir jetzt halt wieder das Problem, dass sie quasi ein Level zu hoch sind. Ja. Ja, aber das soll ja auch eine Herausforderung sein, der Port. Oh mein Gott. Hm. Sie hat Pferde aufgenommen. Geschützt um Einsatzbereit. Ich kämpfe mal gegen Heron. Ich glaube, sie mag keine Kopfschüsse mit meinem Säure-Revolver. Ups, sie hat mich verklickt. Oh nein. Okay. Komm her und überfahre mich. Komm her, du Molch. Los, bring mich um. Ich will da wieder rauf. Bin runtergefallen. Wie ich einfach von mir wegfahre. Komm sofort hierher. Wow, was ist denn mit dir los? Geld habe ich mir eigentlich noch. Okay, ich will es runterfetzen. 2,3 Mil. Ich glaube, in dieser Schussfrequenz beschossen zu werden, mag sie nicht. Guck mal, wenn ich auf sie schieße, bewegt sie sich nicht mehr. Das sieht wirklich wie eine allergische Reaktion aus. Oh, ein Jägermord. Ich habe gerade irgendwas bekommen. Ich habe irgendein Schock-Artefakt bekommen. Echt? Das schockt mich jetzt. Warte mal. Wir wissen was. Ja, oder das ist... Warte mal. Nee. Herrlich. Lebenskünstler, Incendiary. Patrick? Ja? Bist du das Schritt von vorhin noch? Nein. Okay. Oder wie viel hat das? 1480. Ich lege es dir mal dahin. Ja, ich bin viel zu weit weg. Ich habe sowieso keinen Bock zurückzulaufen. Also behalt. Ich habe es gerade ausgetauscht. Also aus der Entfernung sieht das noch mehr aus wie ein Kunstwerk. Was ist das? Mr. Shanks, sind sie das? Falls ja, ich habe ihnen doch gesagt, ihr Geld ist hier nichts weh... Oh, du bist es. Du brauchst hier kein Geld. Schnurr. Ist das hier ernst? Ich gehe die. Firetrucks, don't stop it, Redline. Sorry wegen dem Saustall hier, aber ein gutes Kidnapping macht immer Dreck. Shank hat mir reingewalzt und hat sich Miss Athena geschnappt. Ein bisschen reingewalzt. Hat sich gewehrt wie eine Wilde. Der Mixer hat klein. Mr. Shank ist auf die Belohnung scharf, die Atlas auf uns, wenn sie ein hübsches Köpfchen ausgesetzt hat. Um sie wiederzukriegen, muss man einen heißen Reifen fahren. Aber zum Glück bist du da bei mir goldrichtig. Ich helfe dir. Na, bereit die Prinzessin zu retten? Ich denke schon. Ein bisschen EP. Ich werde ständig stärker. Beseitige die Straßensperre zwischen dir und Lockdown Palace. Da gibt es einen ziemlich starken Revolver. Ah, jetzt kann ich ja den anziehen, ne? Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Okay, das war's. Wir kommen wieder raus. Schau mal, was hier alles ist. Lauter Easter Eggs. Der Hut hier zum Beispiel. Aus Jacob Cove. Dann die Gehirne, die man gebraucht hat. Das könnte vielleicht aus der Quest ein bisschen Fusen sein, diese ganzen Flaschen. Naja. Äh, weiter. Magst du nicht mehr mit mir reden? Da drüben war ein Claptrap mit Snowboard, habe ich doch gesagt. Ne, du hast gar nichts gesagt. Warst du mal gemutet? Was ich auch noch sagen wollte, der Revolver ist das Alst. Ab 51. Da vorne sind Menschen. Das gefällt mir nicht. Abenteuern. Ich hab das Digi-Struck ins Catch-A-R-I-System hochgeladen. Kannst ihn dir holen, wann immer du willst. Aber sei vorsichtig. Verbrechen mit dem Monster ist dieses Ding so stabil wie ein Papiertaschentuch. Okay. Mal gucken, was das ist, was der da für uns hat. Können neues Orten. Ja, aber es scheint nicht stabil zu sein. Alles klar. Kannst du den Charakter aber rumschreien, wenn er stirbt. Er hat Angst. Kannst du sie prübeln? No, komm. Kommt denn diese ganzen Menschen an? Habe ich meine Säure-Mod gerade rausgeworfen. Geht das überhaupt? Ich habe aber keine Säure-Wolken gesehen. Das sah gerade eher eine Explosion aus. Das ist nicht gut. Also bei Granate meinst du? Ja. Ja, dann wirst du wohl eine bessere gefunden haben. Vielleicht. Gehe ich jetzt mal davon aus. Oder ich habe einfach die Opfer der Falsch zu lange auf E gedrückt. Zu lange und zu oft. Und zu intensiv. Krass. Oh. Ja, bei uns. Alter, ich hasse mein Leben. Ja, es ist die falsche. Jetzt ist es auch schon zu spät. So, was ist das andere? Racer. Das ist doch das stinknormale Ding. Unter der Haube, um die Festung zu stürmen. Also los geht's. Ja. Er ist wahrscheinlich schneller, oder? Aber ja, oder? Ja, das ist der ganz normale. Ich werde beim Monster. Ja, deswegen ist er schneller als der normale. Ja, der Turbo hinten ist auch größer. Also, ich nehme an, der wird halt einfach schneller sein. Und? Warte mal. Ne, keine Zielsuche in den Raketen. Ähm, okay. Ähm, okay. Ja, das ist Gags. Boots. 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 Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Wie ist das möglich? In einem sauberen 30 Grad Winkel in die Mauer reingefahren bist. Ich weiß, was du vorhattest. Ach, das hat sogar geklappt. The Crimson Tollway. So. Ja, auch einmal komplett durchfahren. Geil. Also die Schnellreise-Module hätten sie ruhig auch hier in den DLC einbauen können. Ich will immer die Rakete schießen, aber du haust dir drauf. Okay. Also ich meine, darüber können wir durchaus reden. So. Okay. Ich habe mich auch überfahren. Ich wurde nicht überfahren. Ich sehe nur Auto neben mir. Ich wurde gerade überfahren. Okay. Gibt es hier ein tolles Schild zu kaufen oder so? Alter, 1700! 100! Nice! Ja, aber für Level 52. Es dauert noch. Nee, das kaufe ich nicht. Es dauert so lange. Da sind Drohnen hinter dir hier. Mein Sohn. Mittlerweile geht es mit den Autos sogar recht schnell. Ja. Wir müssen aber erst die Kerne mal einsammeln. Ah, das war eine Granate. Ich glaube, die droppen die Kerne nicht. Das droppen doch nur die normalen Typen, oder? Die haben aber auch schon welche gedroppt. Also zumindest meine ich, ich kann mich daran nennen, dass sie welche gedroppt haben. Ich finde halt dieses Hauptgeschütz so nutzlos irgendwie. Letzt mal drücken, macht es noch einen Schaden. Ja. Die Raketen sich mal nicht wie sonst das verhalten. Na, wie ist das möglich? Ich bin geradeaus gefahren. Du bist aber nach rechts gezogen. Ja, aber wie? Nein, ich bin fast tot. Alter, du hast mich nur minimal berührt. Wie kann es sein, dass mein Auto so auslastet davon? Ich habe Angst. Das hier ist alles super lustig. Oh Gott. Was zur Hölle ist gerade mit dir passiert? Ich möchte nicht berühren. In was für einer verdammten Dimension warst du? 37. Da fährt ein anderes Auto. Hinter dir ist ein scheiß Drohne. Ich habe mich niemals gekriegt. Niemals. Okay, ich gebe es zu. Manchmal mache ich es mit abziehen. Nur weil diese Farbphysik so unglaublich gut ist. Da kann ich selbst GTA noch ausdecken. Ist das Karma? Okay, mein Auto ist auch im Arsch. Ich komme, um dich zu retten. Los, los. Ja, ja. Genau da. Ich habe jetzt auch endlich 50. Was? Level 50. Jetzt bist du schon länger, Digga. Nein. Guck deinen EP-Balken an. Ein halber erster Balken. Das ist ein halbes Segment. Aber seit Anfang dieser Area hier bist du schon 50. Hast du hier ein Auto gerufen oder warum bist du so schnell da vorne? Äh, ich laufe. Der fuck. Ich habe jetzt ein Auto. Lass mal nicht alles erreichen, wenn man lauft. Ich glaube, aber ich werde sterben. Einen qualvollen Tod. Hier, wir wollen es ausprobieren, ob das funktioniert. Man kann die Drohnen nicht überfahren. Dafür sind sie zu weit oben. Achso, du willst mich voranbringen. Nein, ich wollte jetzt ja nicht ganz aussteigen und hoffen, dass ich dich damit überrollen kann. So, wie geht's gar nicht. Dazu brauche ich diese blöde Aussteigeranimation, einfach viel zu lang. Der bremst instant runter, wenn du das machst. Okay. Töt ihn. Gut gemacht, Johnny. Ich würde gerne in die nächste Area gehen. Das kannst du natürlich auch machen. Meckert schaden, klingt gut. Ich frage mich, ob ich...